Meine lieben Kinder, wiederholen wir die Bestecke. Was ist das? Was sind das? Das ist der Teller. Das sind die Teller. Du bist dran. Was ist das? Was sind das? Das ist der Löffel. Das sind die Löffel. Du bist dran. Was ist das? Was sind das? Das ist die Gabel. Das sind die Gabeln. Du bist dran. Was ist das? Was sind das? Das ist das Messer. Das sind die Messer. Du bist dran. Was ist das? Was sind das? Das ist das Glas. Das sind die Gläser. Du bist dran. Dankeschön. Gehen wir weiter. Was ist das? Das ist die Tasse. Das sind die Tassen. Das ist die Tasse. Das sind die Tassen. Du sollst zuerst einen roten Punkt daneben zeichnen, die Tasse. Dann sollst du ein grünes Dreieck daneben zeichnen. Das sind die Tassen. Was ist das? Was sind das? Das ist die Untertasse. Das sind die Untertassen. Das ist die Untertasse. Das sind die Untertassen. Jetzt kommen die Zeichen. Die Untertasse. Die Untertassen. Was ist das? Was sind das? Das ist die Serviette. Das sind die Servietten. Das ist die Serviette. Das sind die Servietten. Das ist die Serviette. Das sind die Servietten. Jetzt kommen die Zeichen. Die Serviette. Das sind die Servietten. Noch einmal. Das ist die Tasse. Das ist die Untertasse. Das sind die Tassen. Das sind die Untertassen. Das ist die Serviette. Das sind die Servietten. Danke schön. Das war es für heute. Tschüss.